Hallo Leute und willkommen zurück zum wieder nicht CTWB, denn ja, ich bin noch ein, zwei Rennen in dem Raum vom letzten Part gefahren und jetzt sind es zwölf Spieler geworden und da dachte ich mir, es geht ab, das lohnt sich dann nochmal ein Pärtchen aufzunehmen, auch wenn ich jetzt keine aktuellen Infos mehr so großartig habe, was aber sowieso egal ist, weil wenn ich das erst in zwei Wochen oder so hochlade, dann könnte ich selbst, werden selbst die aktuellen Sachen nicht mehr aktuell, wenn ihr versteht, was ich meine. Das macht, denke ich, durchaus Sinn. So sieht's aus. Bäm. Ja, okay, das hat nicht so gut funktioniert. Ah, Donkey Kong Bergland, oh, dankeschön. Donkey Kong Bergland erinnert mich gerade daran, dass ich ein Video gesehen habe von Mario Kart. Ich wusste gerade nicht, wie man mit dem Nunchuck bremsen kann, richtig. Das war ein kleines Problem. Ja, ich habe von einem anderen Mario Kart YouTuber, diesem Kevin VGV207, keine Ahnung wie das heißt, ein Video gesehen gehabt, Blindfolded MKW, wo er auch die Strecke hier im Sidefahren abgefahren ist, eine Runde. Und das hat mich wieder daran erinnert, dass ich hier bei 500 Abos, 1000 Abos, ich glaube 1000 Abos, bin ich mir aber nicht sicher. Oder irgendwann zwischendurch, vielleicht war es auch gar kein Special, habe ich das ja auch mal gemacht. Und ich hatte tatsächlich mal vor, das einen Part 2 draus zu machen, aber habe ich dann doch nicht gemacht. Und ja, es wäre sicherlich ganz interessant, mal zu gucken, wie das jetzt im Vergleich wäre. Das Ding ist, ich könnte mir vorstellen, dass das Ganze mit Controller, beziehungsweise jetzt auch mit Nunchuck, deutlich einfacher ist als mit WeWheel. Weil mit WeWheel hatte ich immer das Problem, zum Beispiel, ich glaube, ich bin Regenbogenboulevard gefahren auch. Da war das Problem, dass ich die erste Gerade beispielsweise mit WeWheel halt schon schwierig fand, weil man, oh Gott, bitte nicht platt machen, wobei, wäre eigentlich jetzt auch egal. Wobei, wenn der bis nach der Cannon hält, wäre es mir nicht egal. Okay, ist ausgegangen. Denn, ja, mit dem WeWheel eine Gerade zu fahren, wenn man nichts sieht, ist gar nicht so einfach, weil man das halt immer so ein bisschen in Neigung hat. Und ja, auch der Wheelie, wo man theoretisch natürlich ein bisschen gerader fährt, hat da nicht immer ganz so gut funktioniert. Also vielleicht erinnert sich der eine oder andere ja noch ans Video, dass es ja nicht so erfolgreich war. Ich glaube, ich habe, ja, habe ich eine Runde geschafft irgendwo? Ich habe bei Geistertal, habe ich eine Runde geschafft. Also ich bin halt auch gegen CPUs gefahren und nicht im Zeitfahren ohne irgendwas und so weiter. Dementsprechend hatte ich auch nicht unendlich Zeit. Ah, das reicht noch. Okay. Ja, Vierter bei zwölf Spielern dürfte theoretisch schon Plus geben, aber allzu viel denke ich nicht, weil hier auch ein paar Leute mit 4000 und so drin sind. Wobei ich das mittlerweile sogar nachvollziehen kann, wenn Leute hier in den Räumen irgendwas mit 4000 Punkten haben. Weil wenn man das Ganze zum ersten Mal dann fährt, online, warum auch immer, wenn man das erst nach 10 Jahren entdeckt hat oder so, dann würde man es ja wirklich nicht so leicht haben. Naja. Uh, meine Strecke. Juhu. Ich hatte mir in der Rennpause irgendwas überlegt, worüber ich noch reden konnte und habe dann da mit dem Gedanken einen anderen Gedanken verdrängt, der mir jetzt nicht mehr einfällt, den ich davor noch sagen wollte. Das ist natürlich sehr, sehr sinnvoll, aber vielleicht fällt es mir ja nachher nochmal ein. Äh, anderer Gedanke war, dass ich momentan wieder, ähm, recht viel, ja, Minecraft Survival Games spiele, äh, weil da gab es ein schönes Update im Team SG-Bereich, dass man mit Teams gewinnen kann. Und, ähm, also man kann sich dann in den Teams nicht mehr gegenseitig hitten, wie es, äh, vor kurzem noch der Fall war. Und das bringt da doch nochmal frischen Wind rein und da sieht man jetzt auch häufiger wieder recht gute Spieler und so weiter. Ähm, und, ja, sich mit denen so ein bisschen zu messen macht dann immer Laune. Und, ja, dementsprechend bin ich das derzeit, wenn ich mal irgendwas so spiele, eher am Spielen, zumindest auch eher als, äh, hier Mario Kart Wii. Das habe ich in letzter Zeit nicht mehr so häufig gespielt. Ich hatte ja mal so eine kurze Phase, ähm, wo ich, uhrala, ähm, recht viel CTW gespielt hab sogar. Äh, ist jetzt aber auch schon wieder ein, zwei Monate her und, ja, oh Gott, die sollte eigentlich nach hinten. Das ist auch so eine Sache, das passiert mir bei manchen Landschaft noch recht häufig, dass ich Sachen nach vorne werfe, obwohl sie nach hinten gelegt werden sollen. Weil, wenn man nicht nach vorne, also weder nach vorne noch nach hinten den Stick macht, dann wirft das automatisch nach vorne, wie ich merke. Und das finde ich sehr ungünstig. Und da hätte ich mich jetzt fast selbst gesnipet mit der Banane, das wäre natürlich nice gewesen. Oh man. Das erinnert mich an die Szene von Sozi, die ich letztens, wo ich letztens dieses Mini-Best auch hochgeladen hab. Letztens ist auch relativ, ist auch schon wieder ewig her, aber ich denke ihr wisst, was ich meine. Da hat er ja auch so eine schöne Boomerang-Banane geworfen gegen die Wand. Und irgendwie, ähm, ist es recht ruhig hier gerade. Das, äh, kommt mir, kommt mir komisch vor. Aber, wir haben auch so ein bisschen Vorsprung zumindest. Dann immer noch ein bisschen Backspam. Hier vielleicht eine Banane hin. Die sind immer gefährlich. Äh, wollte mich da jemand Target schocken? Man weiß es nicht. Hat auf jeden Fall nicht funktioniert. Vielleicht, weil ich lagge. Das kann natürlich sein. Hier lag vorhin auch noch eine Banane. Eine ziemlich gemeine. Ähm, so zwischen diese Rampen zu legen, das hab ich anfangs, also so in den früheren normalen WB-Zeiten nie gesehen. Aber bei Wimp-Bile sieht man das doch häufiger. Ich hab mir das auch angewöhnt, da manchmal zwischenrein was zu legen. Weil, wenn man das dann erwischt, hat man halt keine Chance mehr, äh, nicht runterzufallen. Och, komm schon, ey. Weil der gegen meine Banane gefahren ist, hab ich jetzt das Nachsehen. Aber man, ja, durch die Inkompetenz anderer Spieler bestraft. Wobei es in dem Fall ja eigentlich gar nicht so schlecht von ihm war. Weil er ja vor mir gelandet ist. Aber ich denke nicht, dass es geplant war, dass er mir die Banane abräumt, dass ich von der Roten getroffen werde. Also, wenn man das geplant hätte, wär schon krass gewesen. Wieso ist das Rennen nicht vorbei? Achso, da sind noch zwei. Ups. Hat man nicht so genau gesehen, weil der Mie-Kopf genau unter dem Funky war, der gerade verschwunden ist. Bedeutet, jetzt dürfte das Rennen eigentlich vorbei sein. Ja, dankeschön. Plus 47, sieht gut aus. Und, oh, wir haben sogar zwei, ja, fast 9000er mittlerweile drin. Äh, könnte interessant werden noch. Uh, okay. So, GBA-Bausausfestung 3 Rennen sind bei vielen Spielern immer ganz spannend, finde ich. Weil durch den SC, der halt recht viel bringt, äh, ja, wird das immer recht interessant. Vor allem auch in Runde 3 noch. Obwohl man, abgesehen von dem einen Shortcut, der eigentlich nirgends groß abquitzen kann. Oder mit den Items viel anfangen kann. Aber das reicht ja schon. Na gut. Okay, ich hab so ein bisschen die Befürchtung, dass der Player, ja, der hat nämlich eine Fakebox hinter sich, ähm, den zulegen wird. Aber wir können trotzdem vielleicht mal, ja, okay, er hat den zugelegt. Oh Gott. Ja, das ist natürlich, ja, wieso geht die Rote dann auf mich? Die war nicht für mich bestimmt in meiner Welt, aber okay. Das ist natürlich sehr ungünstig, wenn man langsamer macht, um vielleicht den SC zu ziehen. Dann sieht, hm, da liegt eine Fake, kann ich doch nicht machen. Und dann noch ein Low-Stunt zieht. Ähm, das war vielleicht nicht die klügste Entscheidung. Aber hat ja noch funktioniert. Auch wenn mich das echt gewundert hat, dass ich, äh, das noch darüber geschafft hab. Wobei man sagen muss, dass die letzte Lücke, glaub ich, die kleinste ist. Und hat er gerade langsamer gemacht, um die Bombe auf mich zu werfen? Ich glaube tatsächlich schon. Ich setz den jetzt einfach mal ein. Vielleicht kommt ja ein Blitz, wenn der da bei den Items gerade ist. Ähm, wobei der recht schnell unterwegs ist. Das bedeutet, der hatte wahrscheinlich eher einen Goldpilz oder sowas. Na gut, die Roten werden hier jetzt nicht allzu viel bringen. Wobei die Schaffens, ja, scheint es sogar über die Rampen hier zu schaffen. Oh Gott. Der Pau-Block ist hier auch manchmal gefährlich. Ja gut. In dem Fall hat er mich langsamer gemacht im Flug ein bisschen. Ähm, gibt's aber auf den Rampen auch, dass man 10 Kilometer in die Luft katapultiert wird. Äh, ich meine, da gab's auch Videos, wo jemand den SC so mit dem Pau-Block gezogen hat. Was dann recht cool aussah natürlich. Aber wo genau das war, kann ich jetzt nicht mehr genau sagen. Vielleicht bei... Ah Gott. Das ist aber auch schon ewig her bei Wrath19001. Falls den jemand kennt. Ähm, der hatte mal so Mario Kart Wii Videos eben hochgeladen und war ein recht bekannter Spieler. Ähm. Hat mittlerweile aber, glaube ich, nicht mehr so viel damit am Hut. Er hatte mal so eine The End Compilation hochgeladen, die ich ziemlich gut gemacht fand. Dann kam danach aber nochmal irgendwas und seitdem aber, glaube ich, nichts mehr. So ungefähr müsste das gewesen sein. Naja. Aber es gibt ja immer noch recht viele Leute, die das Ganze hier spielen tatsächlich. Was ich sehr schön finde, dass es sich, äh, obwohl ja die offizielle Serverabschaltung nur war, dass sich das Spiel noch so lange hält. Also, hätte ich echt nicht gedacht. Aber gut, ähm, ich muss sagen, es... Ich hab zum Beispiel auch mal geguckt, ähm, oh Gott, ich hatte Angst vor meiner eigenen Grünen da gerade. Aber danke schön. Ich, äh, hab mal so ein bisschen geguckt. Und Stronghold Crusader ist ein Spiel von, ich glaube, 2002 kam's raus. Ähm, ob man das noch online spielen kann, weil es gibt eine Multiplayer-Funktion in dem Sinne. Die ist aber... Also, ich hab die lokal häufiger mal mit meinem Bruder und ein paar Freunden getestet. Und die ist sehr mies, sag ich mal. Also, über Hamachi kann man das beispielsweise machen. Ähm, und da hab ich letztens, oder ist schon ein bisschen länger her, eine andere Möglichkeit gefunden über Game Ranger. Das ist so ein Programm. Ähm, das so... Also, wo man quasi so Server aufgelistet sieht, wo Leute Spiele spielen. Und das ermöglicht es einem auch Spiele zu spielen, wo die Online-Services schon lange abgeschaltet sind. Aber die man eben online spielen konnte mal. Und da war unter anderem eben auch Stronghold Crusader dabei, wo es mich echt gewundert hat, dass es tatsächlich noch fünf oder sechs so Lobbys gab, wo zwei, drei Leute halt drin waren, die da miteinander gespielt haben. Ähm, fand ich krass. Ähm, es gab auch so Sachen wie... Äh... Ähm... Flatout 2 zum Beispiel. Oder... Aber... Wee und Minecraft beschränke. Wobei Minecraft hauptsächlich SG sein wird. Und vielleicht halt noch ab und an ein bisschen Ender-Games. Und... Ja, bei Master Builders, da hatte ich kurz eine Hype-Phase. Die ist jetzt momentan wieder so ein bisschen abgeflacht. Vielleicht kommt das aber nochmal, dass ich da nochmal ein paar Parts mache. Äh, muss ich mal noch gucken. Und ansonsten, es gäbe halt die Möglichkeit, entweder nichts, oder ich mache bei Stronghold Crusader weiter. Es gibt da nämlich auch so historische Kampagnen quasi. Also so der originale Missionsmodus könnte man sagen, wo es dann halt auch eine Story und so weiter gibt. Ähm, das wären dann vielleicht so 20 Parts. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher gerade, wie viele es da gibt. Ähm, fände ich auch ganz nice. Aber das Ding ist halt, dass die am Anfang sehr wenig anspruchsvoll sind. Ähm, dass man halt von den Videos jetzt mit den Missionen, ähm, deutlich krasseres so gewohnt ist. Und ich weiß nicht, ob das dann so spannend ist. Zumal es sowieso halt nicht so viele Leute interessiert. Oder Möglichkeit Nummer 3 wäre, dass ich vielleicht auch zwei Spiele, worauf ich mal wieder richtig Bock hätte. Ist so ein Rennspiel, wer es nicht kennt. Und wo man auch so, ja, es gibt verschiedene Spiele, die so ähnlich sind. Ähm, wo man halt so ein bisschen auf Crashderby und so weiter ausgelegt noch. Aber halt in erster Linie auch Rennen. Und das hat immer sehr, sehr viel Bock gemacht. Habe ich schon echt Ewigkeiten auf meinem PC und auch häufig gespielt. Problem dabei, ich hatte das schon vor 100 Parts oder so mal angesprochen. Aber ich kann nicht voraussetzen, dass sich da noch jeder dran erinnert. Ist halt, äh, die Musik da. Weil, deswegen bin ich auch wieder so ein bisschen, oh, auf den Trip gekommen, mir das Spiel mal wieder anzugucken. Irgendwann. Ähm, die Musik. Musik, denn ich habe tatsächlich Musik davon, also Soundtracks davon auf meinem Handy in meiner Musikplaylist. Einfach, weil die richtig nice sind. Zum Beispiel von Yellow Card gibt es da ein bisschen ein paar Sachen. Ähm, oder von Rise Against. Und das sind halt Lieder, die hundertprozentig gesperrt werden. Das Ding ist halt, die sind halt im Hintergrund, ja. Und dann hat es da diese Renngeräusche und meine Stimme. Und deswegen weiß ich nicht, ob das dann überhaupt so großartig erkannt werden würde. Ähm, Werbung schalten will ich ja sowieso nicht. Also in dem Sinne wäre es egal, wenn da übereinstimmende Inhalte von Drittanbietern oder so steht. Aber ich habe halt die Befürchtung, dass es dann wirklich in mehreren Ländern und so gesperrt wird. Und das wäre dann halt eher ungünstig, zumal Strike und so weiter dann ja auch nicht so schön wäre mit den, ähm, 10 Minuten, die man dann nur noch Videos machen kann. Beziehungsweise unter 10 Minuten. Hatten wir ja auch mal die Geschichte vor ein, zwei Jahren und muss nicht unbedingt nochmal sein. Deswegen, ja, ist das immer so eine kritische Sache. Ich könnte es auch einfach mal ausprobieren vielleicht. Aber, wie gesagt, ähm, Stronghold Crusader, die Kreuzzugmissionen sind ja in einer kurzen Pause und da werden sowieso noch ein paar Parts kommen. Beziehungsweise vielleicht, wenn das hier kommt, habe ich mal wieder einen gemacht. Kann auch sein. Naja. Einen Rennen machen wir auf jeden Fall noch. Ich fand das Rennen hier gerade ziemlich komisch, muss ich sagen. Ich habe überhaupt keinen Überblick gehabt, wer vor mir und wer hinter mir ist, weil da Leute auf der Strecke rumstanden, dieser Dino-Game wahrscheinlich. Sehr, sehr verwirrend. Und Margrit, auch mit weißem WiiWheel und auch ein Gast. Alles, alles, alles sehr komisch hier. Ja, schade, nur noch fünf Spieler. Deswegen, der Grund, warum ich den Part begonnen habe, ist jetzt nicht mehr gegeben. Bedeutet, das wird, denke ich, auch das letzte Rennen sein. Ähm, ist ein bisschen schade. Das Ding ist, ich habe so das Gefühl immer, dass so Räume mit, in Anführungsstrichen, Randoms, häufig nur so ein, zwei Rennen halten und dann löst sich das Zoll nach und nach wieder auf. Während jetzt Worldwides, wo wirklich viele Leute so mit hohen Punktzahlen drin sind, deutlich länger halten. Wahrscheinlich, weil die sich dann denken, okay, das ist ein sehr nice Worldwide, da bleibe ich länger drin. Das macht natürlich Sinn, aber finde ich trotzdem krass, dass man da so den Unterschied merkt. Bitte werde groß, okay. Puh, ich hatte gerade ein bisschen Schiss, dass ich nicht rechtzeitig groß werde und dann einen Abgang in die Lücke da mache. Aber hat ja ganz gut funktioniert. So, fünf Spieler ist halt die Frage, hebt man einen Pilz auf? Es gibt halt die Chance auf einen Pau-Block und so weiter. Und wir haben ja auch so die Möglichkeit, nochmal einen Pilz zu ziehen auf zwei. Deswegen dachte ich mir, ja, da wäre der Pau-Block gewesen. Guck mal einer an. Also alles richtig gemacht und okay, er hat nicht gedodged. Ist die Frage, ob das jetzt so tragisch für ihn ist. Wenn eine Blaue kommt, dürfte er nämlich wieder vor mir sein. Aber ich habe so ein bisschen die Hoffnung jetzt gerade, ja, es sieht auch gar nicht so schlecht aus, dass die sich, oh Gott, ja, da hinten jetzt ein bisschen bekriegen und ich dann so ein bisschen davonfahren kann. So ist der Plan. Oh Gott, ich wollte keinen Stunt ziehen. Das war ein Versehen. Ich wollte nur den Riegel ziehen. Ich glaube, dann hätte das Ganze auch ein bisschen besser funktioniert, aber naja gut. War nicht so gut. Aber so weit vorne sind die nicht. Ja gut, die haben jetzt natürlich noch für den SC gezogen. Hm, ist die Frage, ob wir da nochmal gut rankommen. Mit einem Blooper auf keinen Fall. Und ich merke gerade, dass es hier echt eine lange Strecke ohne Item gibt. Also guckt euch das mal an. Das ist auf der Karte ungefähr, ja, also die Hälfte nicht, aber ungefähr ein Drittel, würde ich sagen, kommt dann kein Item mehr. Wobei es könnte sogar fast die Hälfte sein. Ja, ne, sagen wir ein Drittel. Also ab vor der Brücke bis eben hier zum ersten Item in der Runde. Das ist schon eine recht weite Strecke. Ja, ich sollte vielleicht nicht auf die Karte achten, sondern so ein bisschen aufs Rennen. Wäre ein Plan, aber... Muss ja auch nicht sein. Nicht, dass wir hier noch hinter PG Junior landen. Das wäre nie so schön. Ja gut, der Goldpilz ist natürlich... Oh Gott. Okay, das war sehr, sehr knapp. Ich glaube, so habe ich den Double SC auch noch nie gezogen. Dass ich so seitlich an dieser Rampe da entlang bin. Das war alles nicht so geplant, aber hat ziemlich gut funktioniert, weil ich wirklich halt weniger hoch in der Luft war und dadurch echt Zeit eingespart habe. Also, wenn hier noch Leute zugucken, die so THS-Stratzen, so ein Kram... Ja, ja, da Fans von sind... Bei mir kann man sich noch was abgucken. Na gut. An der Stelle bedanke ich mich für das Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und das ist halt im nächsten Part wieder dabei, wenn es mir mal wieder heißt, Mario Kart Wii Online, beziehungsweise vielleicht auch CDBW. Bis dann und tschüss.